Hallo und willkommen zurück zu Might & Magic Legacy. Wir waren beim letzten Mal gegen diese Ghaz angetreten, die hier auftauchten. Und ich habe eigentlich gesagt, ich will noch weiter aufnehmen, aber ich konnte nicht weiter aufnehmen. Deswegen habe ich aufgehört. Es ist wieder eine Weile Aufnahmepause gewesen. Und ich habe beim letzten Mal am Ende gesagt, ich will übernachten. Ich habe aber mal nachgeschaut. Bar hat gelevelt und die anderen sind alle kurz vor dem Level. Edle ist dabei am weitesten vom Level weg. Das ist normalerweise nicht der Fall, aber weil er so oft sozusagen tot rumlag, oder sie so oft tot rumlag, es hängt sie ein bisschen hinterher. Das heißt, ich kann sie ruhig mal wieder ein paar Last Hits machen lassen. Auf jeden Fall würden die ja auch alle geheilt werden durch Level ab. Ist die Frage, ob ich mir das aufhebe, das Level, bis ich dann, ja, bis es soweit ist, dass ich, ob ich das aufhebe, das übernachten, bis es soweit ist, dass ich level. Aber wir schauen mal, wir haben ja jetzt immer noch das Gespür für Gegner, oder? Ne, das haben wir nicht mehr, ne? Doch. Aufklärungsradius und die springen später auf mich an. Das heißt, ich habe länger einen gelben Anzeiger, theoretisch. Anzeige Ruins, full of treasured, untouches für 5 centuries? Ja, mein Kind of place. Ja, ja, ist gut. Ich vermute, wenn ich in die Kiste reingucke, wird uns was angreifen. Und ich möchte nicht in den Hinterhalt geraten, ehrlich gesagt. Aber wir machen es trotzdem. Gewaltiger Lebenstrang. 450 HP, wer hat denn so viel, bitteschön? Übertreibst du? Wahrscheinlich ist das wirklich eigentlich ein Late-Game-Dungeon her. Und ich bin viel zu früh hier. Welche Taste war jetzt zum Schnellspeichern? Richtig. Gut. Nicht, dass ich das falsch drücke. Hier ist noch ganz ruhig. Moment. Was war das? Das kommt von da. Ah ja. Pulsierend roten Flüssigkeit. Das ist Resistenz, richtig? Und selbst wenn nicht, ist das was, was ihm was braucht. Widerstand gegen Feuer, Magie. Gut. Hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich auch nicht weiter? Ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob ich wirklich weitergehen sollte. Das hört sich zumindest nicht so an, ne? Das ist doch bestimmt hinter der Tür dort, ne? Ich habe Angst. Achso, ich hätte nach Fallen suchen sollen, ne? Bin die ganze Zeit durchgelatscht, ohne das Fallensuchen anzuhalten. Gott, des Willen hört sich das an. Aber die Tür geht nicht zu benutzen. Na gut. Wir wollen da vielleicht auch gar nicht rein, ne? Warum habe ich das eigentlich immer noch nicht an? Ja. Great. Ich musste etwas anzuhalten. Wir werden abhauen. Nein, das wollte ich nicht. Du musst mich schockieren. Das war jetzt ein Fehler. Ich wollte mich nicht darüber bewegen. Ich wollte mich eigentlich umdrehen. Das ärgert mich ja jetzt. Gut, also ich werde auf jeden Fall das Spiel neu laden. Das war jetzt nämlich ein Fehler, den ich gemacht habe, weil ich falsch gedrückt habe. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sich dadurch umbringen zu lassen. Wir waren hier gewesen. Okay, also kommen dort Geister. War ja klar, dass jetzt irgendwas kommt. Die Geister sind aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie die Gars, die wir hatten. Die Geister kommen aber hier hinten raus. Jetzt die Frage. Wenn ich jetzt hier vorgehe, kommen die Geister. Kommen die auch, wenn ich jetzt hier hingehe? Weil mir wäre es lieber, wenn die erscheinen, wenn ich hier hingehe. Aber ich sollte wahrscheinlich ein bisschen Mana auffrischen. Was für Schwächere. Wir haben 150 Mana-Trank. 100. Du könntest den 100 annehmen. Also wir haben einen Kampf, wo es anstrengend wird. Die Viecher sind schon relativ stark. Du brauchst auch 100 Mana. Und du kannst auch eigentlich 100 Mana vertragen. Ist jetzt nicht so schlimm. Verbrauchen wir halt ein bisschen was. Aber Hauptsache wir überleben es. Drops werden sie nicht so viel haben. Wobei ich glaube, ich glaube, das Ding... Diese ganz billigen... Ich hätte mal wieder aussortieren sollen. Die ganz billigen kann ich ja wieder rausschmeißen. Ja, 31 Gold. Wir brauchen das. 71 und 81 ist auch nicht gerade das teuerste. 33 kommt weg. 24 kommt weg. 88. 82, 32. Ich würde nochmal schnell alles wegschmeißen. Nicht, dass die jetzt ganz viel droppen und ich mich dann ärgere. Ja, das sind alles Sachen, die könnten theoretisch weg. So, räumen wir noch ein bisschen auf hier. So. 68 kann auch weg. Und dann trauen wir uns mal oder trauen wir uns mal. Wir könnten ja auch jemanden das zum Trinken geben, ne? Dann geben wir das. Wer braucht mehr HP? Ich glaube, du brauchst mehr HP. Weil du ja die bist, die wiederbeleben und sowas kann. Vitalität hast du gerade 16. So, jetzt bist du bei 99 max HP. Und du levelst ja auch bald. Das heißt, ein Gegner müsste schon reichen, damit du levelst. Ähm. Schmeiße ich das jetzt weg? Wie konnte man das nochmal wegschmeißen? Einfach so? Ja. Machen wir es einfach so. Gut. Und jetzt nochmal speichern. Und uns dem Kampf stellen. Mal gucken, ob wir total überfordert sind. Kann ich jetzt hier rüber? Ne, die kommen jetzt schon hier hin. Okay. Also, du castest die Rüstung. 4 Runden, 98 Schaden. Das wird aber nicht reichen, vermutlich. Aber wenn jetzt mehr Leute hier hinkommen, könnten wir mit der Feuer-AOE machen, ansonsten mit der Blitz-AOE. Jetzt muss ich nochmal anschreien schon. Was waren das jetzt? Ähm. Das müsste man doch hier im Buch, in dem Bestiarium sehen, ne? Gespenst, genau. Sind das die Gespenster? Oder sind das jetzt schon verbesserte Gespenster oder so ein Kram? 387 HP, 18 bis 22 Schaden, ein Nahkampfversuch, Angriffsfeier 20, Immunität gegen Gedankenmanipulation, Gift und Qual. Und macht Dunkelschaden. Cool, Gas, Skelett, Elite. Schleicher. Schleicher. Okay, also das sind... Hier sind die... Was sind das? Achso, Montbart. Das sind wohl die ganz normalen Gespenster. Vermute ich mal. Da ist er. Was können wir jetzt noch machen, um uns irgendwo ein Stück weit Sicherheit zu geben? Regeneration braucht man jetzt noch nicht. Edl ist der Einzige, die Einzige, der was fehlt. Wir könnten aber dieses Ausweichen, dieses Auto Ausweichen machen. Dann haben wir noch ein defensives. Und du? Naja, ich meine, nahe Fallen brauchst du dir jetzt nicht zeigen. Du defst und du kannst nicht defen, weil du nicht weißt, wie das geht. Ich könnte so, glaube ich, defen, ja. Oh Gott, die haben sich schlecht verteilt für uns. Das ist nicht gut. Frage ist, Blitz gegen alle oder Feuerball gegen die beiden da? Schreckgespenst. Das ist ein anderer Gespenster, oder? Elite Schreckgespenst. Wollt ihr mich rollen? Sind die... Achso, ich wollte die Resistenzen nachgucken. Das war mein eigentliches Ziel. Gespenst. Widerstand primär und dunkel. Das heißt, eigentlich müsste mit Luft und Feuer genauso gut gehen. Wobei das Schreckgespenster sind, ne? Ja, die sind so nicht zu sehen. Dann... Wir könnten ja mal versuchen, die da... Obwohl, die Gedankenmanipulationen sind zu immun. Das heißt, taunten wird nicht klappen. Aber man könnte... Das, dass sie nicht mehr zaubern können, machen, ne? Gegen das Elite-Fiech. Außer, dass man verfehlt. Ach, wie doof. Fokus-Angriff oder... Au-in. Wir haben die Rüstung. Ich weiß eben nicht, wie viel sie aushält. Ich würde erstmal Fokus auf sie machen. Boah, haben die viel HP. Das sind aber nicht nur 300 HP. Oder 400. Das ist viel mehr. Wenn das ein paar und 50 waren, dann sind das 100, 200, 300, 400, also 600 mindestens. Hilfe, wie soll ich das schaffen? Also wir werden hier sterben. Ich habe schon erwähnt, dass wir hier sterben werden. Ich habe schon erwähnt, dass wir hier sterben werden. Okay, also werde ich nicht schaffen. Ich muss zurückgehen. Das ist garantiert ein Gebiet für irgendeine spezielle Sache später. Ich weiß nur noch nicht, was die genau macht, dieses Gebiet. Ach, die kann nicht... auf Nicht-Zaubern eingestellt werden. Wie viel würdest du mit dem Feuerballertschaden machen? Das würde mich jetzt mal interessieren. 192. 200 HP, 400... Ach, die hat über 800, also weit über 800. Holy... Macaroni oder so. Wenn ich jetzt eine Regeneration mache, dann haben die zumindest nach dem Kampf erstmal wieder ein bisschen... HP zurückgekriegt. Und die hat regeneriert und trotzdem ist sie noch tot. Edle. Du musst Rüstung casten. Ja, das schaffe ich nicht, ne? Ich könnte jetzt versuchen, irgendwie... Sie haben beide jetzt regeneriert, aber du bist gelähmt, okay. Jetzt muss aber einer Rüstung casten. Und du musst jetzt, äh, Gruppe heilen. Und du könntest jetzt mal wieder den großen Feuerballer aufballern. Oh, ihr habt es überlebt. Ihr habt dann das gemacht. Ähm... Ja gut, jetzt ist sowieso Mana, alle. Und das ist jetzt ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll jetzt. Oh. Okay. Das ist nicht so gut, ne? Du bist jetzt für eine Rüstung zuständig gewesen. Du bist die Einzige, die noch was machen kann. Ähm, ja. Okay, hat sie erledigt. Wie alles dunkel ist um mich rum. Okay, also da brauche ich mich noch nicht hintrauen. Das hat man gerade gesehen. Äh, schnell Speicherstand war das. Dann gehen wir mal zurück mit aktiven Fallen suchen. Ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. Sonst müssen wir früher einen Speicherstand nehmen. Fallen suchen und du kannst ja noch hier... Und nein, da würde das Level... Äh, das, 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 das Übernachten auch nicht viel bringen. Ist es wieder so dunkel? Es ist etwas hier. Hier. Aha. Wo? Ah, hier. Ähm... Durchbruchversuchen, also du. Aha. Was können trotzdem Gegner erscheinen? Müssen wir dran denken. 4.000 Gold und... 4.000 Gold und... ...ein Erzmager Kristallkugel in weiß, die schon 2.600 Gold... ...bringt. Also wir sind hier im falschen Gebiet, eindeutig. Weil so viel Gold würde man nicht am Anfang kriegen. Ein einfacher Ring, der 2.000 Gold bringt. Ja ne, ist klar. Wie gut ist denn bitte schön dieser... ...Fokus? 16 bis 17, also der Schaden ist wesentlich höher, aber ist eben kein besonderer, mit keinen besonderen Effekten. Und ihr greift ja nicht so oft im Nahkampf an. Aber alleine das Wissen, dass hier so eine Gegenstände rumliegen, zeigt doch, dass das nicht ein Gebiet für uns ist, wo wir jetzt schon uns rumtreiben sollten, ne? So, Pfeilen suchen sie ja noch. Das heißt, die müssten ja mitkriegen, wenn da was wäre. Da waren wir schon gewesen, ja. Das heißt, wenn die 3. Etage schon so schlimm ist... Ich glaube, wir brauchen gar nicht in die 4. Etage gehen, ne? Hm, was wird dann hier drin sein? Vielleicht irgendein Klassenwechsel, dass man dann diese erweiterte Klasse machen kann. Wenn man dort drinnen durchspielt, soll es ja irgendwie für jede Klasse geben. Wir haben ja... Wenn ich nämlich hier in die Skills reinschaue, sehen wir... Quark, bin ich doof. Hier. Wenn ich in die Skills reinschaue, sehen wir, dass es hier Sachen gibt, die eben... Für die erweiterte Klasse oder so immer sind. Mandat des Himmels. Muss ja zuerst befördert werden zu Paladin. Genau, im Moment ist er Kreuzritter und dann wäre er Paladin. Und da muss man so ein Paladin-Quest machen. Mhm. Ja, und da sind wir eben noch nicht, also... Mhm. Ich weiß auch gar nicht, was für Voraussetzungen man dann erfüllen muss. Ach, es ist mir dunkel. Wow! Ähm... Dankeschön! So. Ähm... Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Eingang Seehafen. Verschollene Stadtstufe 4. Würde ich auch nochmal einen Blick reinwerfen. Vielleicht schaffen wir da auch noch einen Kampf. Was war da? Verschollene Stadtstufe 1. Und hier geht's zurück nach Seehafen. Wir haben ja das Quest hier erledigt, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Erstattet morgen Bericht. Das ist das Schwert. Okay. Findet den Meteor in der trostlosen Wildnis. Da sind wir noch nicht. Und Bart's Tochter. Klippe. Yassad. Kapelle von Karta. Sind wir auch noch nicht, glaube ich. Irgendwelche Schmieden. Warum hat das gerade so geleckt? Findet Ripley. Findet Kirk. Verbotene Sage. Weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Naja. Wir gehen erstmal weiter. Wir haben sicherlich irgendeinen Auftrag jetzt, wo wir was abgeben können. Ich muss nur nochmal gucken, wo der genau war. Wir wollten jetzt aber hier hinter erstmal einen Abstecher reinmachen. Schauen, wie es in der vierten Etage aussieht. Das Fallensuchen Zeugs lasse ich trotzdem an. Vielleicht haben wir noch irgendwo was nicht gesehen oder so. Ich sollte vorher wieder speichern. Schauen wir mal, was uns in der vierten Etage erwartet. Wenn die dritte Etage schon so schwer ist, würde ich gar nicht wissen, was hier in der vierten Phase ist. Da werden wir dann gewann hüttet von allem, was da rumläuft. Es ist schon wieder so dunkel. Ich brauche ja nur Mana durch Licht machen. Ich brauche mich noch zu sehen. Ich bin kurz vor dem Schlagzeug zu Gast. Was ist das jetzt? Wer hat es vergessen, einen Barsch zu nehmen? Das ist ein Elite. Ich muss etwas besiegen. Meine Skill ist verbessert. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie... Achso, wir haben jetzt alle einen Zug frei, ne? Wir brauchen jetzt nicht reinlaufen, um im Kampf zu sein. Wir können einfach abwarten. Das hält ja vier Runden, ne? Achso. Ja. Das heißt, das können wir casten. Und du darfst einfach auch mal. Okay, da hinten sind die Viecher jetzt. Dann hauen wir mal so einen Feuerball da rein. Feuerball. Nix. Und... So. Gut. Da haben sie auch auf den Fernkampf Angriffe gemacht. Wir haben aber noch unsere Rüstung. Keine Ahnung, wie viel die noch hält. Du levelst ja. Das heißt, du kriegst dann Mana sowieso geheilt. Und ich weiß nicht, ob noch mehr Gegner drin sind. Aber ich denke mal nicht unbedingt, ne? Gut. Ich hätte bei ihr eigentlich Fernkampf machen können, ne? Ich muss nur hoffen, dass sie nicht vergiften. Versuch du die mal beide zu Last Hitten. Weil du dann mehr Erfahrungspunkte kriegst. Noch nicht gelevelt. Aber ich denke mal, du wirst gleich leveln. Sag mal. Na ja. Wir haben keinen Schaden gekriegt. Dann machst du jetzt den letzten Schlag. Oder eben nicht. Dann machst du jetzt den letzten Schlag. Gut. So. Keine Gefahr mehr. Das heißt, alles gut. Jetzt könnte ich erstmal leveln. Aber das mache ich, glaube ich, zwischen den Folgen. Ja. Speichern. Also das ist noch eine Etage, die schaffen wir. Hier wird auch nicht so ein Loot sein. Oh, was ist das? Geschichte wird erzählt, vergessen und kann neu erzählt werden. Was zum Pergament gebracht wird, bleibt niemals unverändert. Wahrheit kann immer abgewaschen und umgeschrieben werden. So. So. Will der jetzt Text hören oder was? Geschichte. Märchen. Nee. Hä? Vergangenheit. Tinte. Äh. So. 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 bleibt niemals unverändert. Das heißt, es ist immer ein Bias sozusagen drin. Es wird immer was verändert. So dieses Prinzip, man sagt jemand anderes was ins Ohr und der sagt wieder jemand anderes was ins Ohr. Dieses Postbot oder Spiel oder keine Ahnung, wie das hieß. Wahrheit kann immer abgewaschen und umgeschrieben werden. Das heißt, die Wahrheit ist immer das, was die, die die Wahrheit erzählen, einem Glauben machen wollen. Das soll das heißen. Das kann nicht funktionieren. Das funktionieren nicht. Äh, denk wieder. Äh, denk wieder. Jetzt gucke ich mal, ob hier noch irgendwas ist. Was ist das? Hm. Na gut, dann werde ich die Folge jetzt mal beenden. Und bis zur nächsten Folge finde ich raus, was hier eingegeben werden muss. Und dann melde ich mich wieder. Und ich level natürlich auch noch alle, die geleveltet werden müssen. Also, vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.